servus herzlich willkommen bei wagner classic oil in diesem video möchte ich ihnen unsere kraftstoffadditivproduktpalette vorstellen denn unsere kraftstoffpalette ist immer größer geworden und um hier jetzt ins dunkle zu bringen sozusagen möchte ich jetzt diese kraftstoffadditiv vorstellen neben mir habe ich den heiko der heiko ist seit kurzem bei uns seit über 23 jahre werkstattmeister unter anderem auch im classic bereich tätig und wir beide werden ihnen jetzt die glückpalette vorstellen detailinformationen zu den einzelnen produkten bieten wir separate videos an die sie in der video beschreibung unten finden können beginnen möchte ich mit dem red fuel das red fuel ja sagen wir die wortschöpfung roter kraftstoff ja ist schon was besonderes würde ich sagen ja und zwar geht es darum bei diesem produkt haben wir die möglichkeit den kraftstoff der für moderne fahrzeuge designt ist nicht unbedingt perfekt für oldtimer ist oder dort wo der vergaser nahe am motor verbaut ist kommt es zu dampfblasen bildung und so ausfällen der fahrzeuge und mit diesem produkt haben wir die möglichkeit den kraft so zu stabilisieren oder so zu optimieren dass wir auch mit den modernen kraftstoffen klassische fahrzeuge fahren können wir haben über sehr viele jahre bevor wir jetzt in den markt starten praxiserfahrung und heiko du kannst es mit sicherheit bestätigen was das produkt macht und bitte ja vielleicht ein paar worte dazu definitiv die zeit hat gezeigt dass im prinzip der anspruch der klassischen fahrzeuge auch mit vergasern immer höher geworden ist die fahrzeuge besitzer waren eine sportliche fahrweise und brauchen natürlich dementsprechend auch ein produkt das den stand hält das red fuel ist natürlich dafür gedacht wie sie gesagt haben die dampfblasen bildung ein großes thema das heißt egal was für hersteller solex weber gerade auch im doppelweber bereich wo die sportlichen fahrer gefragt sind es ist ein großes thema in dem können wir dagegen helfen natürlich die leistungssteigerung die bessere verbrennung alles was damit einher geht ist natürlich gefragt bei solchen fahrzeugen in der heutigen zeit mehr denn je da sie immer mehr leistung auch fordern von den fahrzeugen was früher nicht so der fall war und hier kann man natürlich reinkretschen mit unserem produkt und war natürlich das optimale an den fahrzeugen rausholen wir haben sehr viele kunden feedbacks sind in der letzten zeit bekommen insbesondere durch die ganze fahrzeug palette und auch den ganzen empochen der fahrzeuge und es zeigt sich ganz klar durch den einsatz des produktes gibt es eine deutliche verbesserte verbrennung er hat mehr leistung besseres drehmoment viele kunden sprechen auch von kraftstoff versparnis rücker motorlauf und zudem schmiert es noch perfekt weil der kraftstoff sehr trocken wir haben im kraftstoff keinerlei stoffe mehr die schmierend wirken würden ja und somit ist es eben speziell für klassische fahrzeuge meines erachtens nach absolut notwendig hier so ein produkt mit einzusetzen insbesondere auch wenn man zum beispiel diesen schmieraspekt sieht ja und somit letztendlich hier eine perfekte lösung zu bieten für den betrieb von einem klassischen fahrzeug da möchte ich noch ein kretschen gratis schmierwirkung was sie da nennen falls da fragen aufkommen gibt der vier mechanische benzinpumpen aber auch für die ganzen sportlichen fahren auch mit doppelt webervergaser haben die natürlich auch elektrische niederdruckpumpen aus dieser profitieren durch den schmierfilm was wir da zusätzlich haben durch eine ruhigere laufruhe und eine bessere förderung also auch für das ist das geeignet weitere details in der videobeschreibung unten